Da machen wir die Credits zu. Ganz so, ganz so. So, jetzt komm mal so. Mach's so? Szene 9.6, Take 2, Sound 56. Szene 5.3.3, Take 3, Sound 3, 4. Szene 5.3.1, Take 2, Sound 27. Szene 2.9. Also, ab meinem Satz mit, äh, was soll das denn? Oh, Alter. Alexa. Nee, sing mal. Heruf. Du spinch. Uwe, äh, hör auf. Alexa, aus, muss ich sagen. Alexa, aus. Aus. Sitz. Alexa, stopp die Musik. Hey, Lutscher, komm mal mit. Mitkommen. Eiger, da aus. Gute Güte. Mitkommen. Hallo. Alter, das war richtig lost, Alter. Alter, so was, so was krass hab ich ja noch nie gesehen. Das ist also unser Tor zurück? Es war uns auf jeden Fall ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Okay, dann, ähm, ciao. Wir wünschen dir alles erdenklich Gute. Ja. Aus dem seltsame Lichtblitze kamen, als ob dort drin etwas Unwirkliches stattfinden würde. Es war wirklich seltsam. In einem abgetakelten Karbäuschen, dort kamen immer seltsame Lichtblitze raus, als ob dort etwas Unwirkliches stattfinden. Auskokocht? Seht mal her. Das hat auch 2 Minuten gebraucht, um zu starten. Alexa, aus. Aus. Hä? Alexa, aus. Sie hat schon richtig gut aufs Schlager. Wie hund? Nein, nein, nein. Mach einfach d*****. Aus Freiburg. Ich hab Sie eingeladen, um mir bei Geschichte Nachhilfe zu geben, weil ich da drinnen nicht so wirklich der Pro bin. Hä? Wie bitte was? Ich hab... Also hast du dir die richtigen Freunde ausgesucht? Ja, ich weiß. Wie bitte was? Ja Mensch, dann hast du dir die richtigen Freunde zum Lernen ausgesucht. Und... Bitte? Äh, Julian, was machst du denn hier? Hallo? Sorry, ich hab Palo komisch. Einfach, einfach laufen lassen. Einfach, aber anfangen. Und bitte? Das hier ist am Nullpunkt des... Hier fand ich exzellente Literatur von Wolfgang Martinovic. Also ich bin sicher, da sollte, da sollte genug drin sein und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine sehr gute Vorbereitung und dann sehen wir uns ja spätestens am Wochenende auf der Motto-Party. Ja, ja, genau. Und Julian hier wegen deinem Kostüm, also... Nein, nein. Danke, danke. Wirklich nett. Wirklich nett, danke. Aber... Das muss ich nicht wahr sein. Der war vielleicht auf dem Kiviv. Kiviv? Was denn für ein Kiviv? Aber da haben wir Textübersprünge. Ja, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und bitte? Literatur. Danke. Welcher Werk ist das? Können wir nochmal... Aber das macht ihr nicht. Das kann dann so ein Horrorfilm sein. Ich fühle mich etwas bedrängt. Nein, bitte keine Kameraden. Die nerven das nicht. Bitte gehen sie von ihm weg. Bitte gehen sie von ihm weg. Lauf sie jetzt. Ich zeig sie an und ihr Hund zeig ich auch an. Lauf! Wir wünschen dir alles erdenklich Gute. Komm mal! Medi, bleibt alle so schwingend jetzt... Lauf mal auf uns zu und jetzt tanzen.